ja servus zusammen zu diesem neuen video hier auf unserem youtube kanal und zwar geht es heute hier mal um unseren doch recht bisher recht trostlosen spritschutz hier ums haus den wir einmal angelegt haben und zwar möchten wir diesen um ihn ein bisschen aufzuhübschen nun mit einfachen gräsern bepflanzen ich habe mich dazu im inneren ein bisschen schlau gemacht welche gräser man denn da nehmen kann weil man ja im endeffekt nur einen steinboden hat der ohne nährstoffe ist und auch keine wasser im endeffekt aufnimmt und da habe ich dann einfach mal bei google nach steingärten geschaut oder gegoogelt und halt eben welche pflanzen dafür geeignet sind wir haben ja hier keinen steingarten allerdings bzw im endeffekt ist so ein spritschutz mit steinen ja nichts anderes nur im ganz ganz kleinen format und da bin ich relativ schnell auf eine pflanze gestoßen die zartes federgras heißt die lateinische bezeichnung ist anscheinend stippa tenuissima je nachdem wie man das ausspricht und diese pflanze ist im endeffekt ein der ein gras das relativ pflegeleicht sein soll und auch laut beschreibung sehr anspruchslos ist pflegeleicht wie schon gesagt habe sehr trockenheitsverträglich und der standort soll relativ sonnig sein sie blüht von juni bis juli und ein attraktiver fruchtschmuck und einen zarten halm hat diese pflanze genau die ist eben geeignet für so steingärten und ich habe die pflanze jetzt bei der firma pflanzmich.de online bestellt da die in den örtlichen baumärkten deutlich teurer war das ist jetzt auch keine werbung das ganze wurde einfach von uns selber bezahlt aber vielleicht als tipp verlinke ich die firma unten mal wir sind bis jetzt sehr zufrieden die pflanze kam oder kam gut verpackt an und macht noch einen guten eindruck und ich zeige euch das ganze jetzt einfach mal und zwar haben wir hier einen ganz normalen karton hier nochmal die firma und dann haben wir uns jetzt insgesamt sechs dieser pflanzen bestellt die sind hier in so papier eingewickelt und auch schön nass ja und zwar sieht dieses federgras im endeffekt so aus wie hier pflanze ist jetzt ungefähr 30 bis 35 zentimeter hoch mit murzelballen sie wächst circa 10 bis 15 zentimeter im jahr also diese hat noch einiges an zeit bis sie eben wächst ansonsten ist sie immer grün winterfest also eigentlich alles was wir eben von so einer pflanze erwarten wenn sie gerade im steingarten ist und man auch nicht allzu viel pflege dafür aufwenden möchte ja und zwar habe ich mir jetzt hier überlegt dass wir mal die entfernung von hier von unserem podest bis oben zur hausecke messen und dann hier drei oder vier pflanzen einpflanzen immer so dass sie im relativ gleichen abstand natürlich zueinander sind dass wir eine oder dass wir die synchronität waren und hier dieser kleine pilz das ist die die abluftröhre quasi von unserem kellerbadezimmer und damit der auch ein bisschen versteckt ist schauen wir mal dass wir es ungefähr so hinbekommen dass wir auch hier davor eine dieser pflanzen platzieren und im ersten schritt werde ich jetzt mal die punkte eben hier markieren wo wir eine hinwollen dann werde ich die steine wegnehmen werde das ganze unten ein bisschen mit sand auffüllen einfach dass die pflanze einen guten halt hat auf keinen fall soll man das ganze mit erde auffüllen da eben die pflanze keine nährstoffe braucht oder nicht viele nährstoffe braucht und damit habe ich jetzt oder habe ich jetzt im internet gelesen dass eben sand eigentlich als untergrund wunderbar ist und das mache ich jetzt einfach mal so wir haben hier jetzt eine fläche von 4 meter 50 oder eine länge von 4 meter 50 und wenn ich das ganze jetzt durch vier pflanzteile müssen wir alle 1,13 meter quasi eine pflanze setzen damit das ganze schön synchron ist diese 1 meter 13 markiere ich mir jetzt mit dem bleistift hier an unserer rabatte damit ich dann später genau weiß wo ich eine pflanze oder wo hat jede platz ihren platz hat so von an den markierungen nämlich jetzt wie schon gesagt eben einmal die steine weg musste etwas aufpassen da wir hier oben eben diese basalt steine haben und unten den feinen schotter damit ich das ganze nicht jetzt vermische so da fülle ich jetzt ein bisschen sand rein für den untergrund und dann würde ich sagen würde ich sagen füllen wir den rand noch ein bisschen mit sand auf und und dann schütten wir das ganze schon wieder mit den stangen zu und dann schütten wir das ganze schon wieder mit den stangen zu so und schon haben wir hier das erste kleine pflanze pflänzlein eingepflanzt und das mache ich jetzt mit drei weiteren hier auf dieser strecke so 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 die pflänzchen sind alle drin so und im letzten schritt werden diese jetzt nochmal kurz gewässert um eine bessere anhaftfähigkeit dieser oder der wurzeln zu schaffen und dann ist das ganze eigentlich schon erledigt so das war's dann auch schon wieder mit diesem kleinen video hier zur begrünung unseres spritschutz streifens ich werde die pflanzen jetzt natürlich mal ordentlich wachsen lassen wie gesagt die brauchen im endeffekt so gut wie keine zuneigung also kein wasser großartig oder auch keine pflege die dürfen jetzt einfach mal so vor sich hin wachsen und ja im nächsten video von unserem garten oder unserer gartengestaltung kann ich euch ja dann mal den fortschritt zeigen ob die pflanzen bis dahin schon ein bisschen gewachsen sind und wenn euch das video gefallen hat dann gebt gerne einen daumen nach oben abonniert den kanal und kommentiert fleißig und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder macht's gut ciao und servus